willkommen zurück zu ich habe stellares immer angebot gekauft was mache ich ja eigentlich dieses teil 2 wir haben jetzt unser forstungsschiff haben wir letztes mal losgeschickt das hat jetzt ein system schon erkundet ist automatisch da wir mehrere aufträge gegeben haben mit der schifftaste ins nächste system geflogen und er kunde da auch lustig vor sich hin das ist ein neutronen stern sehr interessant der wirft drei physikalische forschung aus dann haben wir hier eine anomalie gefunden wir könnten jetzt wenn wir hier in diesem bildschirm gehen könnten wir den forscher dazu auffordern dass er die anomalie untersucht das würde 180 tage dauern das wäre ein bisschen lang das ist irgendwie ein halbes jahr darum machen wir das erstmal nicht weil wir auch nur den einen forscher haben wir können jederzeit können wir dann später noch dahin gehen es gibt es gibt forschungsaufträge die man finden kann die zeitlich begrenzt sind aber dann würde hier oben so eine kleine uhr angezeigt werden und man bekäme eine warnung das ist hier nicht der fall jetzt erforschte gerade diese toxische welt das lassen wir ihn mal machen weil wir in der zwischenzeit wieder neue symbole hier oben haben also erstmal ist eine research station fertig geworden die wir hier in auftrag gegeben haben das sonnensystem haben wir jetzt komplett ausgebaut es gibt keine weiteren ressourcen mehr darum können wir mit unserem construction schiff können wir jetzt hier nach bernards stern fliegen das ist komplett erforscht schon und können wenn wir rechts klicken auf den stern können wir eine stern basis bauen das ist ein outpost mit dem würden wir dann quasi das system claim als unseres ok also da braucht man nicht nur 90 alloys für ich sagte ja im letzten video dass alloys werden dafür gebraucht sternbasen und schiffe zu bauen sondern auch 75 influence davon bekommen wir nicht so viel die runde das heißt man kann sich nicht ewig schnell ausbreiten aber dieses system geben wir mal in auftrag was wir auch hätten machen können ist direkt auf das system klicken wenn wir nicht genau gucken wollen was da drin ist das ist kein so besonders tolles system es wirft nur drei energie aus es gibt andere systeme zum beispiel wenn man hier guckt im sonnensystem 13 energie 13 mineralien und dann noch fünf forschungen dazu aber das liegt direkt an unserem system das heißt wir sollten das nehmen gerade weil hier auch ein sogenannter choke point ist wenn wir hier drin sind dann muss sich ein angreifer der aus dieser seite oder von dieser seite kommt der müsste sich durch dieses system durchkämpfen insofern ist das gut wenn wir uns das nehmen auch wenn es kein besonders tolles system ist was haben wir hier wie gesagt das ist die benachrichtigung die man bekommt wenn man eine anomalie entdeckt das hat nur eben schon und dann haben wir hier eine neue tradition ist verfügbar tradition bekommt man durch unity 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 wird generiert von bestimmten gebäuden hier sehen wir im blick auf die welt hier sehen wir was für gebäude wir haben wir haben momentan die planetare verwaltung die unity produziert und noch so ein anderes verwaltungsgebäude also das hier die planetare verwaltung das ist quasi das hauptstadtgebäude das ist was bei ziv der palast wäre oder so da kann man nur eins von haben pro planet von diesen hier kann man ewig viele bauen also so viele wie man plätze gerade frei hat ich könnte hier zum beispiel jetzt noch zwei bauen wenn ich genügend mineralien hätte was ich momentan nicht habe die produzieren administrative kapazität und das war es auch okay momentan also es gibt einstellungen da produzieren die auch unity machen sie momentan nicht das hier ist ein forschungslabor das produziert forschung das ist quasi eine schmelze die produziert alloys und das ist eine zivile fabrik die industrien industriegüter herstellt so wir haben zwei frei plätze wie gesagt kein geld hier gut also früher war das so dass man hier planeten hatte von der größe 16 das hat bedeutet dass man 16 sachen auf der welt bauen konnte das ist jetzt hat sich jetzt geändert jetzt haben wir distrikte 16 bedeutet wir können 16 distrikte haben es gibt stadtdistrikte dann gibt es generator distrikte dann gibt es mining distrikte und halt landwirtschafts distrikte die stellen die normalen also die die einfachen ressourcen her generator distrikte machen energie mining distrikte machen mineralien und landwirtschafts distrikte stellen nahrung her und die stadtdistrikte die haben mehr housing als die anderen distrikte hier gibt es zwei housing pro distrikt hier haben wir fünf housing also da wohnen die leute und es gibt hier clerk jobs das sind so beamten jobs die stellen amenities her also das im grunde genommen ist das die service industrie die sorgt halt dafür dass die leute zufrieden sind da braucht man diese amenities für hier oben ist eine zusammenfassung wie viel housing frei ist momentan können sechs weitere pops auf der welt leben das heißt housing brauchen wir erstmal nicht mehr bauen aber alle jobs also wir haben vollbeschäftigung alle jobs sind ratzefatz weg das heißt wir müssen irgendwas bauen demnächst aber momentan haben wir halt relativ idealen zustand und keine freie bevölkerung die irgendwas machen kann darum ist das momentan jetzt nicht so dringend ja okay also wir haben den auftrag gegeben ah ja und wir haben genug unity für eine weitere tradition wenn wir auf das symbol klicken kommen wir direkt in den bildschirm der dem symbol quasi entspricht und hier gibt es verschiedene sparten von sachen die man auswählen kann am anfang expansion oder discovery expansion sorgt dafür dass man halt sich schneller ausbreiten kann und discovery sorgt dafür dass man schneller alles erforscht in der umgebung ich nehme mal discovery so also es gibt erstmal einen bonus dafür dass man den baum freischaltet und dann gibt es für jede einzelne sache die man hier noch machen kann einen bonus aber es dauert 17 monate bis ich dann den nächsten bonus freischalten kann wenn man alle boni hier durch hat also wenn man den kompletten baum fertig hat schaltet man eine sogenannte ascension perk frei das ist ein sehr mächtiger vorteil den man sich aussuchen kann aus der liste und die sachen dort haben auch verschiedene voraussetzungen da ist alles mögliche dabei da ist zum beispiel auch dabei dass man hier sein volk kompletten genetischen overhaul gibt oder dass man anfängt mit cyborg wissenschaft herum zu experimentieren oder halt dass man die fähigkeiten entwickelt das alles mögliche dabei gut ja ich glaube dann sind wir wieder für heute fertig gut dann bis zum nächsten mal auf wiederhören